Musik Anfangs hat mich der freundlich gestaltete neue Ausbildungscampus an unserem Standort überzeugt. Hier findet man alles, was man für eine Top-Ausbildung benötigt. Zum Beispiel ein Flötlabor, in dem man alles rund um Pneumatik und Hydraulik erlernen kann und von netten Ausbildern unterstützt wird. Zeigt man sich engagiert und bringt auch die guten Leistungen mit, hat man hier bei Bosch in Homburg auch die Möglichkeit, an einem Azubi-Austausch teilzunehmen. Dieser ist an einem anderen Standort oder auch im Ausland möglich. Im Betriebsdurchlauf durchläuft man die verschiedenen Werkstätten und Abteilungen im Werk, ist Tautner bei der Arbeit mit dabei und kann sich direkt bei der Abteilung für eine Stelle weiterempfehlen. Während der Prüfungsvorbereitung wird man ganz gezielt vorbereitet, auch mit Turbo-Prüfungen. Somit wird die Prüfung nicht mehr zum Stress, sondern zur Routine. Ausbildungsvorbereitung Untertitelung des ZDF, 2020